jo leute herzlich willkommen auf dem kanal oldchannel heute gibt es die langersehnten playoffs in division 1 pardon elite division wir sind nicht mehr in division 1 wir sind in der fucking elite division ist das eintracht panko trikot das wird uns heute glück bringen in diesen zwölf spielen die wir heute für euch aufnehmen werden mit dabei sind black superman aka daniel und den anderen habe ich schon wieder vergessen ist auch nicht so erwähnenswert der schiebt sowieso nur gegen den pfosten also nein leute rossi und meine wenigkeit eintracht panko trikot das muss uns heute glück bringen und ihr werdet heute sehen ob es was bringt oder nicht also viel spaß mit dem jetzt erstes spiel jungs erstes spiel alter und dann kommen wir mit 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 dann kommen wir hier mit friedrich-ludwig-jahn-sportpark oder hier princelor berg alter gott ja der gar perfekt der kreis erneut egal jungs focus kommt er ja ja rossi ge durch ja jetzt 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 nein oh mein gott wie oh mein gott da kommt wieder dieses ja stark muss muss ist egal ist egal wir haben wir haben ein 1 0 damals auch gegen die also gegen andere menschen aufgeholt und da haben zwei worts das tor gemacht warum nicht jetzt auch dann habe ich eigentlich die andere ecke geschossen wo er gehofft ich stehe doch vor ihm frei ich hasse solche männer oh mein gott das ist so lächerlich ich sag sie so wie es ist es ist so kacke dieses spiel ist so scheiße oh mein gott geil das geht in die geschichtsbücher ein das erste tor das erste playoff tor von daniel herrmann aka black superman der berliner weg jungs alter ja die einfachsten bälle werden einfach nicht gehalten ja und die freuen sich jetzt ein ast ab alter ein weiter ja ja der bot digga der bot kraft scheiße rolls muss kelle kommen digga ja 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 nein auch bitte please ach digga cracky alter wir machen keine ecken mehr so wir machen jetzt nur noch kurze ecken digga komm gehen da bruder ja 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 let's go digga let's go digga in liga 2 gehen können aber je höher wir sind desto mehr fans bekommen wir merkt euch das okay ich kann das nicht mehr digga bro es ist zu viel digga scheiße älter mit offener sohle mit offener sohle oh mein gott ich kann das nicht mehr digga warum hab ich eigentlich den ball bekommen alle nach hinten, alle nach hinten, alle nach hinten, halte jetzt raus die konter oh nein nein, es verquatscht, es verquatscht ja was der ass was 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 digga was 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 digga er droppt den oh alter nochmal unten oh oh jalla oh 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 sorry digga genau deswegen sind wir, glaube ich, gut in der Hobbyliga weil da gibt es keinen Abseits da wollen wir überhaupt nicht mehr zu Torchancen kommen mit Klina also du bist am Tor ja wo ist die so Verteidigung, Jungs, bitte und Tor geil digga ich liebe unsere Bot ey, ich liebe die Woche nur 1 zitt um uns hinterher ja mit Herzens wir können kein Spiel gewinnen digga ohne Witz, wirklich gib her wenn das Freistoß gibt, ne das ist ein Freistoß gib mal her hh hh aus hier gehörst du Sechsterer was bruder warte, ich geh rüber ja, let's go ja wir haben auf Green Time Finish Witz Bonus hab ich nie wieder mehr die Scheiße Nein. Bro, nein. Oh nein. Alter, dafür konnte ich jetzt wirklich nicht. Digga, guckt euch die Scheiße doch mal wieder den an, das war ein Schuss. Nein, 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 ist kein Upside. Halt doch die Schnauze, Digga, also. Ach Digga, wir sind genau angekommen. Und es ist wieder ein L1 Dreieck. Und jetzt Flanke und Tor. Kannst du keinmal klären. Ach, stark. Nur Rossi? Wir leben wieder, Jungs. Boah, ich stehe da. Ja. Digga, kannst du nicht auswählen, ne? Es ist egal wie wo was ist, die machen den trotzdem rein. Ey, geht da ja nicht. Oh mein Gott, Daniel, Alter. Oh mein Gott, Daniel, Alter. Ticker. Oh mein Gott. Schöner Ball. Oh mein Gott. Tore des Pro Clubs. Jungs, Jungs, Jungs. Kategorie Tore des Pro Clubs. Jungs, 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 let's go. Ich hole uns wieder zurück, von den Toten. Ja, definitiv. So. Tod geglaubte Leben länger. Halt's Maul, Digga. Ja, also das ist an Dreißigkeit nicht mehr zu überbieten. Herr Fitter, geil. Oh mein Gott, Digga, du knallst hier aber auch irgendwie so voll komisch immer rein, ne? Unglaublich. Alter Schwede. Ich dachte, er schießt, ne? Ich dachte... Digga, beruhigt ist, Bruder. Kinder versetzt dich auch schwarz machen. Digga, es ist so zum Kotzen. Ach, Digga. Ach, Digga. Vielleicht haben wir auch jetzt die ganzen Schwitzer erwischt, weil die ja alle spielen, ne? Die spielen ja alle. Halt's Maul. Echt, also ganz ehrlich, da geh ich raus. Da hab ich keinen Bock drauf. Ich geh raus. Halt's Maul. Da wollte ich nicht mal hinflanken. Leck mir am Arsch. Ja. Oh nein, Digga. Yes, das gibt's doch nicht. Digga, wir spielen wie Tavans Zehnter, ey. Ach, Tavans Zehnter, Liga Zehnter, Junge. Ohhhh. Das ist gut. Wir spielen wie ihn. Mann, Digga. Ich kann das nicht mehr. Bitte, 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 bitte. Ich kann das nicht mehr. Jungs, ich muss raus. Ohne Witz. Ich krieg hier gleich einen inneren Nerven-Kollaps. Deine Brustige Schule. Definitiv das letzte Spiel. Definitiv. Geben wir jetzt hier noch. Kommt. Pusht euch. Wie seid ihr mehr? Ja, die Männer. Ja, die Männer. Ja, ja. Oh mein Gott, Digga. Ich küsse doch diese Schei. Na ja, Digga, was? Oh Mann, was ein schöner Abend. Oh mein Gott, dieses Scheißspiel. Wie kann man das so kackend programmieren, Alter? Bei allen anderen fliegt der Ball rein. Nein, guck mal, selbst Rossi macht ein Eigentor, ne? Ja. So, weißt du. Rossi, geht durch, geht durch, geht durch. Ja, jetzt. Ja, endlich. Komm, Digga. Wir machen das. Wir machen das. Das ist unser Spiel jetzt. Kommt. Bodyguard. Sag mal. Na, Sag mal. Ich find Sag mal richtig cool, Digga. Ja, Sag mal. Das ist ein Ehrenbruder. Können wir mal kurz darüber reden, dass ich auf den Mittelfeldspieler zugelaufen bin, den Ball eigentlich schon wieder hatte, aber ihn dann doch nicht bekommen hab? Digga, die haben einfach keinen Bock auf uns, Digga. Ich sag's dir so, wie es ist. Ja, irgendwas ist da. Irgendwas ist da. Hier ist grad genau so schlimm. Oh ja. Ja, da hab ich das Auge wieder gehabt, Mann. Das Auge. Aber gestern, ich glaub das war auch dein Pass beim Training, Digga, wo du in die Schnittstelle gepasst hast. Das war so richtig der Debräune-Pass. Digga, das war ein Debräune-Junge, Digga, da wirklich Kuss, Kuss, Kuss. Dieser Pass, wenn du so A-Morren bringst, Digga, bist du Prime, Digga. Der war richtig krank. Ich weiß, dass Daniel den nicht gesehen hat. Digga, Daniel wäre gekommen. Ich sag's ehrlich. Das ist alles. Boah, die haben Überzahl. Die haben Überzahl. Ich sag's ehrlich, was ist der erste Trot. Ich sag's ehrlich, wenn du da bist. Ich sag's ehrlich, was ist der erste Trot, ey? in die Hand nehmen können? Der Idiot! Der Idiot, Alter! Oh mein Gott! Shut up, Ben! Dance with me! Achtung, er wird... Oh nein! Ja, Digga, was soll ich machen, Mann? Das kitzelt so unendlich. Das kitzelt aus wie so'n GTA-Charakter. Ja! Deine Mission hat, Huster zu spielen. Das hätte ich hochmachen müssen. Digga, guck dir's doch mal an, wie schnell die sind. Ja. Digga! Was sollen wir... Also, jetzt mal ohne Witz, was sollen wir denn alles machen? Alles hochpowern, damit wir auch so schnell sind wie die. Ich hab schon alles hochgelevelt bei, ich kann nicht mehr hochleveln. Digga, dann machen wir irgendwas falsch. Das wundert mich ja, ich kann nicht mehr hochleveln, ich bin schon komplett auf 100%. Dann machen wir irgendwas falsch, sag ich euch ehrlich. Vielleicht haben sie ja Beweglichkeit noch irgendwie hoch. Beim nächsten Mal spiele ich irgendwie alle. Beim nächsten Mal spiele ich irgendwie alle. Dann machen wir ein bisschen den Decken, der macht gleich wieder hoch. Wer wurde denn da so hops genommen? Wer wurde denn da so hops genommen? Wer wurde denn da so hops genommen? Ey! Ey, ganz ehrlich, eigentlich musst du Kleena den Typen Kasten Bier schulden. Wirklich, alter Kleena! Bist du denn jetzt sogar dabei hingefallen? Er hat seinen gesamten Familienarm beschmutzt, ne? Boah, jetzt kommen wir wieder runter. Wenn dir sowas beim Spiel passiert, dann wirst du abgestempelt, ne? Ich geh rechts vorne. Ich will eigentlich ein bisschen bei dir hier bleiben. Bruder, aber wo stand denn jetzt auch schon wieder der Torwart? Ich versteh es nicht. Da stand ein Tor. Ne, ja, der stand am linken Pfosten. Mann, und die Eiern hier schon wieder so rum, Alter. Bist du gesprungen mit der Mauer? Ja. Digga, aber wie kann der denn da rüberschippen? Das ist jahrelanges Training. Digga, was? Sprich mal Deutsch. Ich kann ja mich nicht. Ich hab so viel vor Blotts gekuckt. Oh Mann, mach Dega. Tina. Dig Tino. Digga. Digga. Rossi, Mann. Du musst du auch mal machen. Du hast weniger Bauchschmerzen. Vertraue mal. Bro, reicht das doch mal. Digga, das Spiel reicht auch schon wieder. Digga. Und das machen wir falsch. Und das machen wir falsch. Irgendetwas. Ich weiß aber auch noch nicht was. Ja, aber sonst wären wir nicht Elite gekommen. Ohne Witz. Guck mal, ich seh hier TikToks von Teams, Digga. Die es nicht schaffen hochzukommen so. Und die haben viel krassere Ratings so, weißt du. DEP, sie lebt wieder. Die P! Eeeh! Eeeh! Berligoool! 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 Ucce ist krass in seiner Offensio. Ziem! Dann wird zwei Tore aufgeholt. Scheringan. Da kriegen wir es eh so schnell weg. Wird nochmal versuchen dann... Ja! Ja! Jawoll! Ja! Das ist ein historisches Spiel. Come on. Let's make it history. Let's go, let's go, let's go. Deswegen sind die Elite Division gekommen. Wir haben ja so ein Spitz hier. Mentalität! Mentalität is everything. Mach mal, mach ruhig. Ja! Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Digga, wo hast du denn ausgefuckt? Ja, 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 ja! Okay. Hab ich mal abgeguckt von dem letzten Stagger, der noch 120 Minuten zum Ding gedrückt hat. Ah, Digga, jetzt krieg ich ja die Flashbacks. Ah, Digga! Ja, das ist echt gute Nacht. Ich auch. Ich hab vorher drauf gefreut, ne? Safe. Und dann zähntet er diese Bombe, Digga. Der hat mehr geknallt als ein Pullenbeider, Alter. Wir sind wieder weg, ne? Ja, bei mir läuft gerade so epische Musik, ne? Ja, bei mir läuft gerade so epische Musik, ne? Egal, wir haben eben wieder 1-2, wir haben alles gedreht wieder. So, mach den Meter, Bro. Mach den Meter, mach den Meter. Mach den Meter, jetzt! Oh nein! Oh, Scheiße. Kämpfer, Kämpfer, Tina, krieg's noch. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Achtung, auf die Mitte. Auf die Mitte aufpassen. Ja, der steht immer abseits. Wahrscheinlich wollen die im FIFA mal so spät pfeifen. Ja, wie in real life, Digga. Ja, ist doch scheißegal, einfach pfeifen. Abseits. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Cleaner. Oh mein Gott. Hätte Cleaner nicht gehabt, hätte ich ihn gehabt. Stark. Oh mein Gott. Ganz, ganz starke Schwed, Jungs. Oh mein Gott. Starke Flanke. Wir, wir sind Ostdeutschland. Okay. Wir sind Ostdeutschland, so ein Ding ist das. Und mit einer Bilanz von 2 zu 8 beenden wir dieses erste Video von den Playoffs Spielen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir würden uns sehr darüber freuen. Und ja, im Laufe der Woche kommt dann noch der zweite Part online. Äh, die Lige, oder die Playoffs gehen ja jetzt erstmal noch 6 Tage. Also kommt im Laufe der Woche noch der zweite Part online. Ähm, man muss auch dazu sagen, dass, wir wissen, wir können es auch nicht erklären, wie das war. Aber es wurden nach einem beendeten Spiel, wurde man einfach aus dem Game gekickt. Und man hat quasi keine Niederlage oder keinen Win angerechnet bekommen. Deswegen, das war total komisch, weswegen ich jetzt hier auch ein paar Spiele wegschneiden musste. Die wir eigentlich verloren haben. Aber irgendwie auch nicht. Weil EA gesagt hat, ja, ihr habt jetzt vielleicht noch eine Chance hier irgendwas zu machen. Aber, naja. Wie gesagt, wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ja, wie gesagt, liken und abonnieren nicht vergessen. Wäre ganz, ganz wichtig, um hier kein Video von uns zu verpassen. Haut rein. Ciao.